Ich habe mir jetzt lange überlegt, was ich euch im heutigen Video zeigen soll. Soll ich in der Zusammenfassung von der letzten Keynote, soll ich euch die Neuerungen zum iPhone 5 sagen, soll ich euch die Neuerungen in iTunes, die Updates der iPod Touch, aber mittlerweile ist es wirklich so brisant und fast schon überfüllt, es macht wirklich jeder zweite YouTuber gefühlt ein Video dazu, alle Internet-News-Seiten und Blog-Seiten sind voll mit Infos rund um das Event, man kann sich den Livestream nochmal anschauen, wo ich euch auf meinen Seiten den Link geteilt habe, von daher dachte ich mir, das ist diesmal überflüssig, bzw. wäre es einfach zu viel. Ich habe mir das iPhone 5 natürlich vorbestellt, werde da dann auch wieder eine Review zu machen, wenn alles glatt läuft, bekomme ich es nächsten Freitag, da könnt ihr also wirklich gespannt sein und sobald dann iOS 6 rauskommt, werde ich euch natürlich auch da die neuen Funktionen zeigen. Um was geht es jetzt im heutigen Video? Ich habe mir gedacht, ich stelle euch meine absolute Lieblings-App vor, hatte ich bis vor kurzem, sprich vor ein bis zwei Monaten nicht, aber jetzt habe ich sie meiner Meinung nach gefunden, ich bin wie gesagt seit 2008 iOS-Anhänger, habe damals erst das iPhone bekommen und bis jetzt ist mir noch keine andere App untergekommen, mit der ich so viel Zeit verbracht habe und mir so viel Spaß bereitet hat. Könnt ihr also gespannt sein, wünsche euch viel Spaß mit der Review und wir sehen uns dann am Ende des Videos nochmal. Dann kommen wir jetzt also zu Brennerchen 13's Lieblings-App, ist, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt sie vielleicht schon, Clash of Glance, gibt es noch gar nicht allzu lange, soweit ich weiß, erst seit Anfang August bzw. Ende Juli eventuell, läuft sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad, ich wollte es euch eigentlich nur kurz zeigen, um zu sehen, also auf 4 und 4S läuft es sehr gut, dahingehend, dass die Grafik wirklich recht anspruchsvoll ist und auch die Animationen und man die Schrift wirklich gut lesen kann. Ein Freund von mir, der hat auf seinem 3GS momentan gezockt und der hat gesagt, er hat ab und zu ein bisschen Probleme, die einzelnen Schriften zu erkennen. Man sieht also hier, auf dem 4S hat man wirklich gar keine Probleme, es ist alles flüssig. Die App selber will ich euch jetzt aber am iPad zeigen, deswegen nur das iPhone kurz. Das Spiel kann man vorweg sagen, ist mit der GameCenter-ID verbunden, heißt, ihr könnt also momentan, und so bleibt es wahrscheinlich auch, wenn man einmal das Spiel begonnen hat, mit der gleichen GameCenter-ID das Spiel nicht resetten. Schön ist aber, dass dadurch auf allen möglichen Geräten, wo man sich mit der gleichen GameCenter-ID einloggt, das Spiel mit dem gleichen Spielstand gespielt werden kann. Was ist jetzt Clash of Glance? Clash of Glance ist ein Spiel, in dem ihr euch eine kleine Festung aufbaut, man fängt wirklich ganz klein und harmlos an. Ist wie gesagt kostenlos, man kann aber wie in so vielen Spielen auch, weil man eher zu den ungeduldigeren Leuten gehört, Echtgeld investieren und so gewisse Prozesse beschleunigen. Ich habe bis jetzt, und ich hoffe, das bleibt auch so, noch kein Echtgeld investiert. Das Spielprinzip ist recht einfach, ihr fangt eben mit einer kleinen Festung an und müsst die immer weiter ausbauen, dahingehend, dass ihr sowohl eure eigene Festung verteidigen könnt, wenn ihr von anderen angegriffen werdet, aber auch, wie man es hier unten, meine drei momentanen Truppenlager sieht, andere Festungen angreifen könnt und so die begehrten Pokale hier oben verdienen könnt. Darüber sieht man meinen aktuellen Level. Rechts sehen wir meine Ressourcen. Im Spiel gibt es Gold und Elixier, das ihr jeweils in entweder Goldminien produziert und dann im Goldlager sammelt und eben Elixierfördergeräte und das Elixier dann in den Elixierminen sammelt. Ist ein Lager bereit zum Ernten, sage ich mal, erscheint entweder ein Münzensymbol oder ein Elixiersymbol. Ihr könnt dann da hinauf tippen und in dem Fall werden dann die Münzen eingesammelt und werden euch hier oben gutgeschrieben. Wie der Name schon sagt, Clash of Clans. Man kann sich hier einen Clan gründen oder einem Clan anschließen. Ich bin momentan im deutschen Clan, so heißt der Clan. Man sieht hier mit der Pinsch-to-Zoom-Geste, kann man ganz einfach hineinzoomen. Die Grafik ist wirklich richtig, richtig gut, auch was die Animationen angeht. Wenn man sich jetzt hier mal die Minen anschaut, da fahren die ganze Zeit die Wagen hoch und runter. Es klappt also wirklich alles richtig gut und flüssig. Habt ihr auch keine Ruckler? Wie gesagt, ich hab hier meinen Clan, wenn ich hier hinauf tippe, habe ich zum einen meinen Clan-Jet, in dem kann man schreiben und die Besonderheit des Clans. Man kann sich gegenseitig Truppen überlassen, die dann beim Angriff helfen. Klickt man auf die Info, sieht man seinen momentanen Clan. Es können in jedem Clan bis zu 50 Mitglieder sein. Sieht dann die Rangfolge. Ich befinde mich momentan am Platz 4 mit meinen 1046 Trophäen. Kann den Clan auch jederzeit verlassen und es gibt eben die Möglichkeit auch einen eigenen Clan zu gründen. Habe ich mir mal überlegt. Eventuell mache ich das irgendwann. Wenn, dann halte ich euch da auf dem Laufenden. Dann könnt ihr gerne meinem Clan beitreten. Allgemein nochmal der Hinweis. Im Game Center heiße ich Brennerchen. Könnt ihr mich gerne hinzufügen. Wer auch Clash of Clans zockt, kann ja entweder mit in meinen Clan oder vielleicht lädt er mich ja in seinen Clan ein, wenn es ein besonders guter Clan ist. Oder ansonsten kann man sich auch gegenseitig ganz einfach die Gebäude anschauen. Man tippt dann hier auf die Freunde-Funktion. Sieht dann alle seine Freunde im Game Center, die ebenfalls Clash of Clans zocken. Kann dann einfach auf einen Freund hinaufklicken. Kann dann entweder seinen Clan betrachten oder kann seine Festung betrachten. Und dann sieht man hier, wie die Festung beispielsweise seines Kumpels aussieht. Das Ganze ist wirklich ein Spiel, was sehr taktisch geprägt ist. Also man sieht schon, man kann die Mauern unterschiedlich setzen. Hat verschiedene Verteidigungseinheiten. Da hat man einen Minenwerfer. Hat eine Kanone. Hat einen Bogenschützturm. Und hat eine Luftabwehr. Wenn man sein Rathaus upgradet, kann man neue Sachen freischalten. Wie beispielsweise den Magierturm, den man aus einem gewissen Rathauslevel bekommt. Man sieht schon, das kostet immer entweder Elixier oder Gold eben. In diesem Fall sieht man, möchte ich das Rathaus upgraden. Kostet es mittlerweile schon 750.000 Gold. Und wenn ich das dann upgraden würde, sieht man, ich kann eine neue Goldmine und eine neue Elixiermine bauen. Bekomme einen neuen Bogenturm. Kann mehr Mauerstücke bauen. Einen neuen Minenwerfer. Fallen, die ich verteilen kann. Man sieht hier, man hat die Möglichkeit, sowohl Bomben als auch diese Tellerwerfer, heißen sie. Wenn da die Gegner draufgehen, werden die herauskatapultiert. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht alles etwas viel. Aber ich probiere es euch einfach so ausführlich und so gut wie möglich zu zeigen. Hier sieht man, das Elixier ist bereit. Kann ich drauf tippen und sammeln. Hier wie gesagt meine Klamburg. Dann bin ich noch nicht eingegangen auf die Kaserne. Ganz logisch, hier kann man Truppen ausbilden. Sieht, es gibt insgesamt bis zu 10 verschiedene. Die lassen sich eben nach und nach freischalten, indem man eben seine Kaserne upgradet. Man sieht, in dem Fall kostet das Elixier. Und so lässt sich in dem Spiel wirklich alles upgraden. Von der Mauer bis hin zum Rathaus und bis zur Mine. Gibt dann auch noch ein Labor, wo man seine Truppen nochmal zusätzlich verbessern kann. Die können dann mehr Schaden einstecken und mehr Schaden verursachen. Jetzt gehen wir aber auch mal noch zum Allgemeinen, beziehungsweise was auch noch eben dahinter. Das sind jetzt zwischen Gleichaufglenz. Man sieht hier, meine drei Truppenlager sind alle voll. Ich bin also bereit zum Angriff, habe hier einen Mix aus Bogenschützen, Riesen, Ballons, die Bomben fallen lassen und zwei Mauer zerbrechern. Aber am besten zeige ich euch das Ganze jetzt mal in Action. Man tippt auf Angriff und geht dann auf den Mitspieler finden. Man sieht, ich habe momentan ein Schild. Wird dann von einem Gegner angegriffen und wird teilweise zerstört oder ganz zerstört, bekommt man ein 12-stündiges, beziehungsweise 15-stündiges Schild. Das euch vor Angriffen des Gegners schützt. Jetzt sieht man hier die Infos vom Gegner, wie viel Trophäen ich bekommen würde, wenn ich ihn komplett zerstöre, wie viel Gold ich bekomme und wie viel Elixier. Und darüber sein Level möchte ich kämpfen, kann ich einfach meine Truppen wo platzieren. Ich möchte mir jetzt aber einen anderen Gegner suchen, muss dann 170 Gold zahlen. Und so kann man eben eine gewisse Zeit lang den Gegner suchen, der einem am ehesten zusagt, wo man also möglichst viele Pokale bekommt und auch Ressourcen, aber denen man sich auch zutraut. Manchmal werden einem Gegner vorgeschlagen, die wirklich mal vermutlich gar keine Chance hätte, den überhaupt zu besiegen. Man sieht schon, es ist gar nicht immer so leicht, einen Gegner zu finden, der einem zuspricht. Für mich gefährlich ist die Luftabwehr, da die sofort meine Ballons zerstören. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich einen Gegner finde, der die Luftabwehr relativ leicht zu zerstören hat, weil dann kann ich erst meine Ballons zünden. Man sieht, hier würde ich jetzt relativ viel Trophäen bekommen, das ist dann immer verführerisch. Und leider habe ich mich vertippt und bin auf den Angriff, obwohl ich das Ganze gar nicht wollte. Jetzt hoffen wir mal, ob das klappt. Ich setze jetzt mal hier meine Bogenschützen, muss jetzt warten, bis meine Riesen die Luftabwehr komplett zerstört haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich meine Ballons rausjagen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das Ganze sieht relativ schlecht aus. Ich habe mich da verzockt, also normal hätte ich den Gegner glaube ich nicht angegriffen. Man sieht hier, der Magiaturm macht einen kräftigen Schaden, hat jetzt gleich schon meine ganzen Riesen ausgeschaltet. Und jetzt liegt meine ganze Hoffnung auf den Ballons, die aber sowohl vom Magiaturm als auch von den Bogenschütztürmen angegriffen werden können. Der Magiaturm wird jetzt hoffentlich noch platt gemacht, ja. Aber man sieht schon, das wird vermutlich nicht reichen. Das wird ganz böse enden. Und zwar ist der Kampf jetzt schon aus. Ist jetzt besonders bitter, wenn man den Kampf verliert, verliert man eine gewisse Anzahl an Trophäen. Hat jetzt trotzdem gewisse Ressourcen bekommen, aber verhältnismäßig wenig. Man sieht, ich habe nur 31% der Gebäude des Gegners zerstört. Also das war ein schlechter Vorführeffekt, sage ich mal. Jetzt ist mein Schild verschwunden. Was noch interessant vielleicht wäre, wie man die Gebäude upgradet. Man hat hier Bauarbeiter, zwei Stück hat man klassisch. Man kann sich, wie gesagt, mit Real Money, wenn man in den Shop geht, die Sachen kaufen. Für echtes Geld kaufen, die so Juwelen. Und von den Juwelen kann man dann entweder Gold oder Elixier kaufen. Oder hat eben die Möglichkeit, wenn ein Gebäude geupgradet wird, wie beispielsweise hier das Elixierlager, mit 34 Elixier in dem Fall das Ganze sofort zu beenden. Da hat teilweise Upgrades dann gerade jetzt vom Rathaus. Das nächste Upgrade wird vier Tage dauern. Kann sich dann natürlich auch, wenn man will, neue Bauarbeiter kaufen. Von echten Geld habe ich, wie gesagt, es noch nie gemacht. Hat dann außerdem hier die Möglichkeit, sich dann neue Sachen zu kaufen, wenn man sie freigeschaltet hat. Sprich, ich habe es hier momentan über die volle Anzahl erreicht. Bauhütten habe ich keine weitere, weil ich eben noch keine Real Money investiert habe. Gibt dann noch Dekorationen. Hier habe ich dann noch meine Armeegegenstände. Die Verteidigungsgegenstände, die ich mir kaufen kann. Sieht man da, mit neuen Leveln werden immer neue Sachen freigeschaltet. Und man kann sich auch, was dann eben auch nur mit Real Money geht, ein Schild kaufen, wenn man eben längere Zeit nicht angegriffen werden will. Wenn man zum Beispiel sagt, ich baue gerade irgendwas aus oder muss einfach gerade mein Dorf beschützen. Ja, das ist also Clash of Clans. Ein wirklich umfangreiches Spiel, wie ich denke, wie ihr es sicher gemerkt habt. Ich spiele das jetzt seit drei oder vier Wochen und ist wirklich mit Abstand das iOS-Spiel, was ich seit meinem ersten iPhone am allermeisten spiele. Hat da wirklich schon viele, viele Stunden rein investiert. Hat wirklich einen gewissen Suchtfaktor. Macht richtig, richtig viel Spaß. Und ich denke, anhand meiner Festung sieht man, man kann bei dem Spiel auch wirklich Spaß haben, ohne echtes Geld zu investieren. Dauert dann natürlich etwas länger. Man sieht es, leider habe ich ein paar Trophäen verloren. Wenn man sich jetzt den Clan anschaut, habe ich die Position auch halten können. Was vielleicht noch interessant wäre, wenn man hier auf diese Lady tippt, es gibt verschiedene Errungenschaften. Hier hat man die Möglichkeit, Juwelen zu verdienen, ohne echtes Geld zu investieren. Und meine Hoffnung liegt darauf, was den dritten Bauarbeiter angeht. Wenn man 1250 Trophäen erreicht hat, bekommt man 450 Juwelen. Und anhand mit zwei, drei anderen Errungenschaften lassen sich dann die 500 Juwelen auch knacken, ohne dass man Real Money investiert. Und dann hat man eben einen dritten Bauarbeiter und kann dann so drei Gebäude gleichzeitig ausbauen. Soviel jetzt also zu Clash of Clans. Ein wirklich richtig, richtig klasse Spiel. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne im Game Center adden. Vielleicht habt ihr ja einen coolen Clan, wo ihr mich gerne drin hättet. Was es leider noch nicht gibt, ist eine Suchfunktion. Was Spiele angeht, das Ganze geht leichter über die Game Center Funktion, eben dass man eben hier über die Freunde die Möglichkeit hat, die Clans von Freunden anzuschauen. Sonst hat man die Möglichkeit, wenn man noch in keinem Clan ist, über den globalen Chat nach einem Clan zu suchen. Da kann man dann vom Clanführer eingeladen werden. Ist wirklich ein umfangreiches Spiel, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Aber wem das jetzt gefallen hat, dem kann ich es wirklich nur empfehlen. Macht eine Riesenmenge Spaß und ist einfach, da schaut man am Tag ein paar Mal rein, macht ein paar Kämpfe und macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Ja, soviel jetzt also zu der Lieblings-App von mir. Ich hoffe, wer es von euch noch nicht hat, schaut sie sich auf alle Fälle mal an. Macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Wie gesagt, ihr könnt mich auch gerne dann am Game Center adden. Dann können wir mal unsere Burgen gegenseitig anschauen und vielleicht auch dem Clan beitreten. Ich überlege auch irgendwann, wie gesagt, selber einen Clan zu gründen. Dann kündige ich das Ganze noch an dem Video an und ihr könnt an meinem Clan beitreten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das Ganze da oben kostenlos natürlich machen. Und so immer stets up to date in meinen Videos bleiben. Könnt ihr mir auch gerne auf den sozialen Netzwerken folgen. Die packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da habt ihr dann direkt die Links, was Facebook, Twitter, Google Plus angeht. Könnt ihr mich auch gerne adden. Probiere ich euch in Technik Sachen auf dem Laufenden zu halten. Wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es auch gerne noch mit Freunden und Bekannten teilen. Auf Facebook oder Twitter tweeten bzw. teilen. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn das Video zu dieser wirklich klasse App eine große Popularität bekommt. Weil es wirklich eine richtig, richtig gute App ist, die das Ganze verdient hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.